Wir sind jetzt mitten in Amsterdam. In der Kirche. Glaubst du gar nicht, wann? Ist aber so. In der Kirche. Guck mal da. Und guck mal hier das ganze Gold. Was sie im Kolonialismus verdient haben. Echt, Alter, das Gold. Haben sie einfach auf den Boden gelegt. Kannst sehen. Normalerweise gibt es keinen Klo in der Kirche. Aber hier gibt es eins. Hier gibt es ein Klo. Hier können wir echt Toiletten-Talk machen. Ja, guck mal hier. Echt Toiletten-Talk. So. Jetzt würde ich doch mal eben sagen, all das Geld müssen die zurückgeben. Das ist doch eine Schweinerei. All das Geld wird nie verdient. Haben sie alle den Leuten abgepresst. Ist doch mal echt beschissen, war. Freizeit-Guru. Und das war jetzt Toiletten-Talk. 28, nee. 29. Du. Und das ist doch mal. Okay. Dann. 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 Vielen Dank.